Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Dies haben viele Freizeitsportler beim Silvesterlauf des TUS um Stroh schon am letzten Tag des alten Jahres sportlich in die Tat umgesetzt. Bereits zum vierten Mal konnte Vorstandsmitglied Frank Bruggen 200 Läuferinnen und Läufer auf den Sportplatz an der Plaggenkrugstraße begrüßen. Bei diesem offenen Freizeitlauf konnte jedermann mitmachen. Hier ging es nicht um Bestleistungen, sondern um das gesundheitliche sportliche Vergnügen. Je nach eigener Motivation konnte eine fünf oder eine zehn Kilometer lange Strecke absolviert werden. Als Trophäe konnten alle vorab gemeldeten Teilnehmer ein finnischer T-Shirt mit ins neue Jahr nehmen.